Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Let's Beedemar mit Diddl und TKB und Kasel Köschers. Das letzte Mal haben wir das Industrieende Schloss fertigen bekommen. Das heißt, wir können jetzt endlich den Sichterchen laden. Du solltest in den laden. Und vor allem, wir müssen mal den neuen Begleiter analysieren lassen. Achso, stimmt. So, ich kaufe mir mal ein paar Tränke. Fünf Stunden sollten reichen. Ja, das mache ich jetzt auch. Achso, ne Waffe. Achso, falsche Tasse. Nein, Affe. So, na dann. So, dann gehen wir zurück zum Heimatschloss. Aber ich hoffe, wir sind eigentlich ganz in der Nähe. Ich mache einfach die Musik hier. Also wir können ja einfach zum Heimatschloss, äh, geht's. So. So. Ne, äh, zum Schmied, genau. Zum Schmied. Wie der Schmied, der immer mit diesem Gesichtsausdruck. So, also da ist es doch. Gar nicht, man hilft dir geheime Gegenstände zu finden. Cool. Wollen wir ihn behalten? Musst du wissen, ob du ihn behalten willst. Hm. Ich glaube, ich behalten erstmal. So, okay. Viele Tiere haben wir nicht mit zu entdecken. So, ich überlege gerade, weil ich will auch einen, der mir was sucht kann. Ich glaube, das war der Vogel, der noch was will. Die Eule, aber ich glaube, es geht nur um den Wald. Schau mal. Ah, genau. Ah, genau. So. 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 Wir haben ja auch eine neue Waffe bekommen. Ehrlich? Eine Keule, ja. Schauen wir mal. Die hatten wir von Anfang an. Ich erinnere mich an das. Die da. Level 20 erst. Uff. Okay. Plus 2, minus 1. Was war das? Einfach nur plus 1 mehr Agilität. Ich glaube, ich brauche nicht ein bisschen mehr Power. Plus 0. Super. Das heißt, es ist genauso stark wie deine jetzige Waffe. Ja. So. Hier. Das wollte ich doch gar nicht. Das ist bei Next. So. Das macht plus 2, minus 1. Ah, kommen wir hierher. Minus 3. Oh Gott. Ne. Minus 3 hat stärkere. Plus 6 an Burstschaden. Ich nehme es mal an, was das bedeuten soll. Ja. Naja. Gut. Okay. Wer hat denn seine Waffenlager in einem Frosch? Mit einem Geweih. Tja. Vielleicht ist es irgendein Fabelwesen. Weiß das. So. Hier mussten wir hin. Ich will nämlich alles haben. Ja. Ich habe alle Religionen, die ich brauche. Los geht's. Ich mag die Musik. Ja. Ist richtig fröhlich. So. Jetzt kommen bestimmt gleich ein Kampf auf hoher See. Oh je. Ich werde sehr krank. Ups. Aber wir sollten vielleicht die Dinger nicht gleich rottet machen. Ah ja. Da kommen sie schon. Die Piraten... Die Brat-te-te-te. Ja. Das solltest du ja schon mal ein bisschen bewegen. Tja. Ich habe nicht gesehen, dass sie hier runter kommen. Ach. Da war nur rote Kreise auf dem Boden unter dir. Super zu lahm. Das sind die Piraten. Sie sehen aus wie Ninjas. Ich glaube das sind Ninjas. Ninja Piraten. Ja guck mal. Die fanden sich in Holzblöcke wenn du sie triffst. Ist die geil! Ja, du seid ja eigentlich Holz. Ne, die macht bloß die Kunst des Tausches, oder? Ja, genau, das will ich damit ja auch sagen. Das kennt man doch aus Naruto. Ist aber unfair, wie willst du die besiegen, wenn die ständig sich... Wo bin ich? Ah, hier. Das ist unfair. Ich glaube, man besiegt sie, indem sie nicht so Kunst des Tausches machen. Dann dauern sie mit dir auch und treffen dich. Du könntest wohl nur einmal. Ah, toll. Die mit ihren Jutsu hier. Halt, wir können doch auch Magie. Mach ich auch schon die ganze Zeit, aber irgendwie bringt es nicht viel. Wir müssen auf einem Haufen kämpfen, Schatz. Guck, die triffst du einmal, da sind sie weg. Da kommen sie wieder. Ganz schön unfair, ja. Ach so, vielleicht sind das alles Doppelgänger. Ah, wir müssen den wichtigen finden. Nein, guck, die triffst du und dann hauen sie wieder auf. Und schlagen dich. Wie gesagt, wir müssen den wichtigen finden. Ah, verstehe. Ah, okay, das kann natürlich sein. Ich glaube, ich habe ihn gerade gefunden gehabt. Der Typ, der Magie bewölken wollte. Ja, genau der da. Du bist es. Ich brauche das Fleisch, wenn du brauchst. Ah, ja, ich brauche Fleisch. Hä? So, wir sind jetzt wieder echter. Da. Du bist echt. Und hast deinen Kopf kürzer. Das hier flinkt. Hurra. Ja. Wir haben es doch überhaupt nicht angegriffen, oder? Oder hat unser Schiff gefeuert? Ich habe keine Ahnung. Wo? Am Strand. Ein Kaktus. Ich hoffe. Okay. Wie geht es? Und? Krabben übernehmen. Gras hier. Ah ne, da bei dem X da auf dem Boden vielleicht. Ich habe die Sandbrücke kaputt gemacht. Aha. Ein Äpfelchen. Für dich. Da hast du auch noch einen für dich. Hm? Ich dachte, ich bin in der Wüste. Da guck. Ah, okay. Weil hier jetzt irgendwas im Sand versteckt ist. Was zum? Was bist du für ein Freak? Als hier irgendwas im Sand versteckt, müsste der Kadel ja eigentlich auswirken. Ähm. Anzeigen. Da vorne. Der Kaktus sieht aus wie ein Pimmel. Tut mir leid. Tja. Da fehlt allerdings nur was, damit es komplett wird. Lauter Skorpione. Du kannst es einfach mit dem Magie besiegen. Oh nein, da ist ja ein Treibsand. Ah stimmt, da war ja was. Ist da so ein Gegner. Kann ich graben. Was? Ein Stiefel? Ja, dann sammeln ein. Ich hab keine Ahnung, was das jetzt sollte. Nein, dem ist es nicht. Ich mag die Musik in der Wüste. Oh, die Banane. Schnell. Jo. Kriegen wir irgendein Wüstentier? Ach, irgendwann ist meine Schultertaste hängen geblieben, weil ich plötzlich die ganze Zeit gezaubert hab. Ich hab mich grad gewundert. Ich glaub wir sollten einfach weitergehen. Ich glaub wir haben noch zwei Meiden zum Hufereien, oder? Ich glaub wir haben noch zwei Meiden zum Hufereien, oder? Ah, das hier hast du graben. Ein Grab du. Ich versuche mich um die Sombionen zu kümmern, obwohl die kümmern sich eigentlich gar nicht um uns. Nur wenn wir nicht im Weg sind. Da wollte ich ihn dir überlassen, dann werde ich reingeschleudert. War das Geld? Ja. Achtung Treibsand. Jetzt aber, der ist für dich. Dankeschön. Ja, ich schenke meiner Frau Schmuck. Was zum? Ich werd' gefressen! Mal deine Distanzmagie. Gute Idee. Halt! 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 Das war meine Distanzmagie. Toll, Mann! Nein, ich bin begiftet! Gewonnen! So, ich werd' jetzt einfach meinen Bogen nutzen. Zu spät, jetzt hab ich schon besiegt. Oh, jetzt ist der Bogen. Ah, da ist eben der Skorpion in der Konstantfalle verschwunden. Da ist was zum... Machst du, ich kümmere mich doch um die Skorpione, dass die dich nicht stören. Äh, ja. Mit dir den Apfel. Ich versuch's. Warte, mir hab ich gebraucht. Mist. Müsst wir den jetzt ausgraben? Ja, er kommt man selber. Ist da so eine Art Kiefer? Keine Ahnung. Die Skorpionen... gehen zwar einfach nur hier rum, aber... Wenn sie ihn unter Weg sind, greifen sie sich nicht mal. Er hat die weiße Flagge gezückt. Und ist verschwunden. Oh, Mann! Geos, waren das coole Sägen! Wie hab ich das denn jetzt gemacht? Sonst greif ich richtig rein von ihnen. Okay. Ich werd's sagen, die sind nämlich nicht so schwer. Außer wenn sie das machen. Oh nein! Schön in der Luft bleiben! Und... Erredigen! Ha! Ja, ich seh's, weil ich so lange... Na toll, ich bin voll reingeflogen. Also hier hab ich da echt ein Talent für gerade. So, nächster. Die Skorpione brauchen nur einen Schlag. Ah, für dich. Danke, dass du mir das ganze Geld gibst. Na ja, du hast schon mal am meisten. Tja, jetzt, nach den ganz vielen Parts, die wir jetzt schon gemacht haben, kann ich endlich mal freundlich zu meiner Frau sein, oder? Ja. Na also. Oh nein, jetzt schon wieder. Den lassen wir auch raus. Ja. Können wir das? Nee, können wir nicht. Ich glaube, wir müssen den machen. Ich schieße aber auf den... Nein, ich wollte den gerade haben. Ach, komm schon. Das sollte ich tun. Ich bin da weggeflügt. Du springst auch mal weg oder gehst mal weg. Mach einen Schuss und geh weg. Wie ich's mache. Es ist jetzt erstmal die Skorpione hier weg. Die greifen uns nicht mal an. Die gehen einfach nur von links nach rechts und so. Das heißt, du musst dich gleich um die kümmern. Aber sie stören mich gerade. Dann werden wir das mir reden. Ups. Jetzt haben sie mich mal angegriffen. Gewonnen. Ist auch sehr gut. Ja, komm, weiter. Hier. Hier. Das sind die Erfahrungspunkte für die Skorpione. Dann könnten wir prima an denen. Ich glaube... Was bist du für ein Freak. Ja ja ja. Für dich sind alles Freaks oder? Ja. Ich finde es halt, dass es sehr freaky ist. Ja. Cool, ich bin Level 14. Erst nur bin ich schon Level 16. Wunder, dass du so viel stärker bist als ich. Autsch. Ich muss auch mal ein paar Gegner erledigen. Verdammt. Ah, ich hab einen erledigt. Meiner hat sich eingegraben, also aufpassen. Ah ja. Jetzt alle siegen. Was auch immer das für ein Steinvieh ist, das ist auch wirklich freaky. Ruhig hier. Zack, und Geld. Mensch, ich glaub wir haben vorhin vergessen, was auszugraben. Ist egal, jetzt ist zu spät. Muss wieder so ein Peper. Mit Muskeln. Achtung, eingegraben. Ich kann dem Sprung den Bogen zücken. Ich bleib sogar ein paar Sekunden in der Luft stehen. Das find ich mal ihm wahr. Gott, hier sind überall Gegner und Skorpione und Käfer und Bomben. Ich hab mich um den Vieh gekümmert. Äh, um den Käfer. Magie will ich machen. Die ganze Zeit komm ich auf die falsche Schultertaste. Verdammt. Ich bin besiegt worden. Ich hab meinen Trank genutzt. Hilfe, jetzt hilf mir doch mal. Statt da unten was einzusammeln. So. Da ist ja noch einer. Ja, die haben mich in die Zange genommen gehabt. Wenn du da irgendwas gemacht hast, was rein was. Ich hab mir immer geguckt. Puh, schön. Passiert dir was? Oh, ein neuer Begleiter. Oh, eine Gegnaufe. Die aber ziemlich traurig guckt. Ja, sie müsste ja schon sehen wie voll niedlich. Guck mal, die hat den Mundwinkel da unten. Das findest du niedlich. Mundwinkel da unten? Das ist doch die Schnauze. Guck doch, der hat den Mundwinkel da unten. Es ist nicht der Mundwinkel, das ist die Schnauze. Ach komm. Äh, im Hintergrund hat sich grad die Pyramide bewegt. Äh, das sind Aliens. Was in alles in der Welt? Oh, die Graffe gehört jetzt mir. Meine Güte. Ja. Toll, ein Teil verbraucht. Hab ich grad auch. Ich hab ja auch noch unsere Seinfix, sollen wir ja einen kurzen Power-Schub kriegen. Nicht vergessen. Naja. Die Graffe guckt mir traurig. Doch, tut sie. Das, was du als Mundwinkel ansiehst, ist der Teil der Schnauze wird. Wo ist dann der Mund? Der Mund ist da, wo die Zunge raushängt. Achso. Ah, jetzt versteh ich. Ah ja, jetzt seh ich's. Okay, gut, alles klar. Ich dachte, sie sieht aus wie ein Fisch auch. Wenn man das immer echt nicht der Mund ist. Ja, wenn man das mit dem Mund anguckt, sieht sie aus wie ein Fisch. Okay, gut. Äh, hey. Ich will Giraffchen haben. Ich will sie haben. Hey. Ernehm ich jetzt ein Fledermäuschen. Pff, mach doch. Da ist das UFO von hinten. Äh. Das wird sehr doppeldeutig. Das sind ja wirklich Aliens. Ja, kein Wunder. Die werden rausgekackt und denen geht's nicht gut. Anal-Sonden, ne? Ich denke, ich muss mir irgendwelche Gefährte angreifen. Ach, da bin ich. Ich depp. Das ist aber eindeutig eine Anspielung an ein anderes. äh, Flash-Game. Diese Aliens. Die kommen ja nicht sehr bekannt vor. Ja, was ist denn das für ein Flash-Game? Ah, warte. Wie hieß das noch? Ich ahne, mir fällt's grad nicht ein. Autsch. Der UFO ist stark. Aber jetzt treffen wir's grad richtig gut. Ja, wir treffen's gut. Weg mit euch, Aliens. Mann, ihr habt ganz schön viele Schätze dabei. Wenn das UFO besiegt. Äh, für dich. Jo. Der Part ist eigentlich so gut wie vorbei. Hoffentlich kommen wir jetzt zur Karte. Oh, jetzt kommt das zweite Alien. Und was macht das jetzt? Das lässt irgendwas fallen auf uns. Das wir wohl ein bisschen überziehen. Ja, mach's fertig. Das soll ein UFO sein. Nicht aus wie so ein UFO nicht erhellen. Oh, oh. Vorsicht. Lass es fallen. Lass es fallen. Na komm, lass es fallen. Auf. Mach uns nicht auf die Folter. Das war ja eigentlich nur Sand. Ha. Hab's. Sehr schön. Oh, hast aber schön weggeprügelt. Hm. Das ging fix. Das war jetzt gemein. Das hat es gar nicht fallen lassen. Das haben wir jetzt davon, weil wir es wollten. Ja. 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 Mega Ruf hoch. Okay. Ob wir jetzt entführt werden? Ich wusste. Ausweichen. Ob wir es schaffen. Oder sollen wir uns entführen lassen? Ich hab das Gefühl, wir müssen da rein. Ach, ich riskier's mal. Und zack. Gut. Lass mich ebenfalls entführen. So, Zeit für einen neuen Part. Na, mach mal Pause. Vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt uns in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ähm, tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis, Denne.